Hallo zusammen und willkommen zurück beim Euro Truck Simulator 2 und wir haben wieder einen Auftrag angenommen hier auf dem Mercedes-Benz Actros diesmal ist es eigentlich mehr oder weniger eine Stadttour hier Montpellier und wir fahren natürlich auch mal nein ich würde mal anders fahren hier nicht nur hier immer ach da kommen wir nicht lang das ist eine firma da das ist schlecht aber wir können mal hier lang fahren oder das geht nur über die Autobahnraststätte ja Montpellier ist nicht groß Montpellier ist nicht groß dann machen wir das jetzt alles weg so schade ich dachte es könnte hier lang gehen aber dem ist leider nicht so gut schauen wir uns mal unser Pferd an hier aus der freien Kameraperspektive die ist natürlich sehr schnell ist wieder engländer glaube ich international so hier haben wir alles erledigt Abfahrkontrolle schauen mal wie wir hier rauskommen vom IKEA Hof hier vorne ist ja die Ausfahrt schon umsonst eine Waffel gemacht ist ja auch wie gesagt ist ja eine ganz kleine Tour heute das ist ja auch die Quälerei hier raus und hier vorne links da ist alles gut soo durchs sonnige Fron Reusch da haben wir hier im Kreisel das ist ein Feldweg den man wahrscheinlich sogar fahren könnte ne sieht so aus einige Wege ist mir mal aufgefallen die sind überhaupt nicht im Navigationssystem verzeichnet aber man kann da lang fahren dieser Weg hier wahrscheinlich auch da vorne kommt man anscheinend drauf die Einfahrt ist natürlich jetzt nur bedingt geeignet für uns LKW das sind die ganzen anderen Autos das fahrt keiner hier nah da hin kommt man da besser gelöst so wir müssen hier noch nicht ab ne ne hier noch nicht da vorne gleich Marseille Lyon so ein bisschen bremsen sonst der Aufliefer umkippt extrem wenig Verkehr so dann mal ein Tau hier na jetzt tatsächlich überholen ja ist mir gar nicht so einfallen wir sind jetzt im Land des neuen Weltmeisters unterwegs ich hätte gern zwei lieber die Kuraten gehabt oder davor schon im Halbfinale die Belgier und sogar die Engländer hätte ich lieber gehabt als die Franzosen fragt mich nicht warum aber ist halt so ne die Franzosen waren es ja erst ich glaube wann waren die denn 98 ja ne 20 Jahre ist es auch schon ne im eigenen Land war das da ne 98 kommt das hin ja abends 98 gewesen sein naja man kann nicht alles haben diesmal ist die Weltmeisterschaft auch so ziemlich an mir vorbeigegangen ich habe mich da dieses Mal überhaupt nicht für interessiert keine Ahnung warum sonst hat die sogar immer Urlaub in der Zeit EM oder WM eigentlich immer vier Wochen Urlaub naja so ändern sich die Zeiten so wo geht es jetzt ab ich habe es gewundert dass es hier keine Maut gekostet wird diese Strecke sind auch so viele Mautstrecken hier in Frankreich so oben rechts na wo quäle dich hier hoch alles gut müsste man ja bald unser Ziel erkennen ne jawohl da vorne kommt es schon in Sicht und hier wäre die Strecke wo ich eigentlich rauskommen wollte aber das ist ja nur eine Zufahrt für ne Fabrik na lasst ihr mich oder na diesmal keine KI Aussetzer die vor zwei Folgen oder wann das war ich glaube zwei Folgen ist das her die Pferde laufen tatsächlich ey ich glaube von den ProMods auf den ProMods Karten damals standen die doch starr da ne so Pferde Kühe und dergleichen ja hier sind die kleinen Sachen die das Spiel ausmachen so jetzt nochmal beschleunigen gar nicht was wir geladen haben Topflanzen bestimmt oder so irgendwelche Nippesregale manchmal gar nicht dass das so ne scharfe Kurve ist hier aber ganz schön so doch haben wir es gleich ich habe Vorfahrt aber ich traue euch immer allen nicht wenn ich hier so angefeuert komme alles gut gegangen wir bauen sie irgendwas hin Chemie Chemie sind da richtig dass wir unsere Abladestelle suchen oh da hinten ist er rückwärts einparken ein Traum ein Traum ist das doch wieder das ist doch wieder was für mich ne aber wir haben ja eine kurze Folge dann können wir es ja mal versuchen das ist auch wieder ein Traum kann ich nicht ein bisschen raus scrollen Leute halt halt falsche Richtung nee so ich breche mir hier echt immer einen ab also mit einem Tandem da würde ich schon kapitulieren andere Richtung andere Richtung jetzt kommt er ein bisschen rüber fast gut aber jetzt ist es einfach jetzt gehen wir gleich geradeaus zurück und dann steht die Mordel Kreditraten fertig 12.000 irgendwie so haben wir es doch sicher hierher geschafft ok Leute heute nur eine kurze Folge ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag macht es gut bis zum nächsten Mal tschüss und tschau tschau made sieh bis zum nächsten Mal